Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin die Finsternis, Herr der Schatten und der Dunkelheit, Herrscher des Lichts, des Raums und der Zeit. Der Herr, Herr Schatten. Ich befehle über das Heer der Schatten, erschaffen aus der Finsternis. Die schwarzen Reiter der Apokalypse scharen sich zu Tausenden um mich. Senden sie aus zu allem, was lebt und existiert in dieser Welt, damit all jenes der Macht der Dunkelheit zum Opfer fällt. Ich bin die Finsternis, Herr der Schatten, Herrscher des Lichts. Ich bin die Finsternis, Herr der Schatten, Herrscher des Raums und der Zeit. Wenn euer Leben zu Ende geht und der Sturm des Todes euren letzten Atem wegweht, sind wir die, die bei euch bleiben, mit euch euren Sarg besteigen. Stets an euren kranken Seelen, stets an eurer Seite, auch wenn man euch zur Hölle fährt und euren kranken Seelen das Paradies verwehrt. Sind Schatten und Wasser und Gestein vermehren uns wie die Ratten und malen im Gebein. Ich bin die Finsternis, Herr der Schatten, Herr der Schatten, Herrscher des Lichts. Last auf dem Gebangων Kirchner des Raums И그�ombes stell auf dem Geigt und gegen den Ge толkieren gebrochen uns wie die finanzielle ich wie sie die Besänger und Gesteinairs und Errscher des Tunischer Lautes. Das heißt, ich bin die Finsternis, Herr der Schatten, Яer der Schatten. Ich bin die Finsternis, Herr der Schatten, Ausmacht, liberierte mich. Das heißt, ich bin die Finsternis, ich bin die Finsternis, die besonderte Heartes outmacht, wo lefte und uns wie die Finsternis, die佩re haben mir gezeigt. Vielen Dank.